Das perfekte Verbrechen Für mich war es normal, immer 3000 Mäuse in der Tasche zu haben, erfordert den perfekten Plan. Im Film Mission Impossible. Perfekt organisiert. Wie weit würdest du gehen, um der Justiz zu entkommen? Meine Freiheit wollte ich auf keinen Fall aufgeben. Ihr kriegt mich nie, weil ihr alle sterbt. Wir haben sogar die CIA herausgefordert. Mein fast perfektes Verbrechen. Da spielbar aus. Mittwoch, 20.15 Uhr auf S1. Ich dachte nur, ich hab einen Kopfschuss, ich sterbe.